Hallo Jungs bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Vorbeigeschossen Kai Garcia, ein Paragraf, versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von John Jordan mit einer Flanke nach einer Ecke vorbeigeschossen. Marco Cucupella, ein Paragraf, versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Charles Scherdi Alba, FC Barcelona, sieht eine gelbe Karte Gonzalo Esquepalante, ein Paragraf, sieht eine gelbe Karte vorbeigeschossen. Leine Messi, FC Barcelona, versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Arturo Weidal Spielerwechsel ein Paragraf Marc Cardona kommt für Charles vorbeigeschossen. Carles Peretz, FC Barcelona, versucht es mit dem linken Fuß von links aus einem ungünstigen Winkel, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung. Clement Lennlitt, das Spiel läuft wieder. Vorbeigeschossen Fabian Horellana, ein Paragraf, versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von John Jordan Die zweite Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Eiparagraf und FC Barcelona ist 2-2.